Aufgrund der letzten Niederlage. Komm, ich sag 4-0. 4-0 für die Hertha, die Hertha zerstört richtig. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum letzten Tops Bundesliga-Orakel-Video. Und das war das erste kleine Weihnachts-Special hier auf meinem Kanal. Alle neun Bundesliga-Partien habe ich dann somit orakelt, Leute. Ja, mega geil, oder? Mega geil. Jetzt gibt es noch die Partie Hertha gegen Darmstadt. Am 24. wird es dann um 8. Uhr eine Special-Ausgabe geben von Oracle U-Wighted. Mit allen neun Bundesliga-Partien hier des 16. Spieltags. Und mal gucken, haben wir vielleicht hier einen Tippkönig. Lukas, bist du das? Lukas, tippst du alle neun Partien richtig? Also wenn das einer kann, dann Lukas. Lukas, also enttäusch mich nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier nochmal die Partie Hertha gegen Darmstadt. Ich sag das die Hertha, Leute. Aufgrund der letzten Niederlage. Komm, ich sag 4-0. 4-0 für die Hertha. Die Hertha zerstört richtig. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal, Hertha zerstört richtig. Und wenn ihr noch Match-Jacks-Booster braucht, Displays oder so, Blister, Starter etc., könnt ihr unten in der Videobeschreibung den Link nutzen. Weil ohne Gate to the Games wäre dies hier auf jeden Fall nicht möglich gewesen, dass ich alle neun Bundesliga-Partien orakeln hätte können. Mascarell, wir fangen an mit der ersten Halbzeit. Gulde, Rodriguez, Christian Tresch, Lewels, Gentner. Also was ich damit sagen wollte, Dankeschön an Gate to the Games. Hertha gegen Darmstadt heißt es jetzt aber. 4-0 Hertha? Ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr möglich hier. 4-0 in diesem Video. Ich hoffe nicht, dass noch ne Darmstadt-Karte kommt. Thomas Müller, Pulisic, Junio Diaz, Darmstadt. Nein, nein, nein. Schwegler, Heinz, Pagadara, Keita, Wittek, Wolfsburg, Logo und Marc-Oliver, Kempf. Star-Spieler Freiburg. Junio Diaz, dieser kleine Lümmel. Was soll das? Junio Diaz erzielt hier das 0-1 für Darmstadt. Das kann nicht sein. Hertha darf einfach nicht verlieren gegen Darmstadt. Nein, das ist einfach so. Nein, Punkt, aus, fertig, Ende. Was denkt ihr? Wer gewinnt? Hertha oder Darmstadt? Eure Tipps könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Des Weiteren bedanke ich mich dann bei euch für die ganze Resonanz unter den Orakel-Videos. Ich hoffe, er euch hat das gefallen mit dem kleinen Weihnachtsspecial hier, Leute. Neun Bundesliga-Partien, Orakeln, mega nice. Ich bedanke mich für die Zuschauer und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssü.